Die besondere Schwere der Tat ist hier auf ein überlagerndes Motiv gestützt worden. Der Mord wurde, wie das Gericht gesagt hat, heimtückisch begangen und auch aus niedrigen Beweggründen. Im Rahmen der niedrigen Beweggründe war berücksichtigt worden, dass sich die Tat ganz explizit gegen einen Repräsentanten unseres Staates gerichtet hat und aus ausländerfeindlich Motiven geschah. Ich kann nachvollziehen, wenn einige Menschen mit dem heutigen Urteil unzufrieden und enttäuscht sind. Unzureichende Ermittlungen der Bundesanwaltschaft hatten eine unzureichende Anklageschrift verfolgt. Im Nachhinein muss man sagen, dass wahrscheinlich jeder Dorfscheriff besser ermittelt wird. Die Verurteilung von Stephan E. wegen Mordes entspricht unseren Anträgen und unserer Erwartung. Das Urteil gegen den zweiten Angeklagten ist für die Familie dagegen außerordentlich schmerzlich. Weil sie wissen, dass die Familie der festen Überzeugung ist, dass beide Angeklagte gemeinsam diese Tat nicht nur vorbereitet und geplant haben. Wie Sie sich vorstellen können, sind wir zufrieden mit diesem Urteil. Wir sind aber auch befriedigt darüber, dass es so rechtsstaatlich hier verlaufen ist. Dass sich der Senat nicht von den vielen Versuchen, die es vor allen Dingen außerhalb des Gerichtssaales gegeben hat, Stimmung gegen unseren Mandanten zu machen, hat beeinflussen lassen. Stimmung gegen den zweiten Angeklagten